...Mitgal für die Vörter und dann Kevin Vogt. War es der Schock von den Verletzungen, was auch immer, ein Eigentor, viel klassischer kann man das gar nicht erzielen. Aber auch hier wieder die Präsenz der Vörter von der Seite, natürlich stand Ocean da und Vogt war nur der Schadensbegrenzer und dann aber wieder doch nicht.